Adduktorpull mit Band, also bei der Übung, die machen wir vor allem, dass ihr eure Adduktoren stärkt. Im Vergleich zu anderen Übungen, die wir im Programm drin haben, ist jetzt hier die Besonderheit bei der Adduktorenübung, dass ihr eben das Bein gestreckt habt und nicht angewinkelt, was dazu führt, dass wieder andere Anteile vom Adduktor arbeiten, um den eben komplett zu entwickeln, dass ihr komplett verletzungsresistent seid. Wichtig ist, ihr legt euch einfach hin, macht das Band ganz unten an euren Knöchel fest, dass der Hebel möglichst lang ist und das auch anstrengend ist für einen Adduktor und dann führt das Bein einfach nach außen und zieht es wieder nach innen für die vorgegebene Anzahl an Wiederholungen.